Begrüßen und verabschieden Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen 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 Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Abend Guten Abend Guten Abend Hallo 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 Moin 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 Grüß Gott Grüß Gott Grüß Gott Servus 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 Grüß dich Grüß dich Grüß dich Grüß sie Grüß sie Grüß sie Tag 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 Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiederschauen Auf Wiederschauen Auf Wiederschauen tschüss tschau tschö bis gleich bis dahin bis dahin bis später bis später bis später bis dann bis dann bis nachher bis nachher bis nachher bis bald bis bald auf wiederhören auf wiederhören auf wiederhören gute nacht gute nacht gute nacht m qual phrase significa bon dia in alemão? a guten morgen b guten abend c auf wiedersehen t bis gleich auf wiederhören gute nacht e gute nacht a guten morgen 2 qual frase significa boa tarde in alemão? a moin b guten tag c auf wiederhören d bis bald e guten abend b b guten tag 3 qual frase não significa até mais in alemão? a bis nachher b bis dann c bis später d bis dahin e bis morgen bis morgen E. Bis morgen. 4. Qual frase não significa Oi ou Olá em alemão? A. Tag. B. Morgen. C. Grüß Gott. D. Tschüss. E. Hallo. D. Tschüss. 5. Qual frase significa Adeus, quando você vê a pessoa em alemão? A. Grüß sie. B. Grüß dich. C. Gute Nacht. D. Auf Wiederhören. E. Auf Wiedersehen. E. Auf Wiedersehen. E. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020